Mein Name ist Stefanie Oberleuer, ich bin 29 und seit 1. Jänner in der Borsche Informatik. Ich bin im Bereich Account und Portfolio Management für Demand Management zuständig. Das heißt, im Prinzip muss ich die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden aufnehmen, verarbeiten und am Schluss ein Projekt umwandeln. An meinem Job mag ich am meisten, dass ich nicht nur mit den Konzernkunden innerhalb von Salzburg zu tun habe, sondern auch mit allen Ländern der Borsche Holding. Im Prinzip kommt jede Idee am Anfang zu mir. Ich nehme sie auf, ich bearbeite sie, mache das Anforderungsmanagement und im besten Fall wird daraus ein Projekt, das dann von den Entwicklungsabteilungen umgesetzt wird und am Schluss den Kunden optimal befriedigt. Mein persönliches Borsche Informatik Highlight ist der Spirit, der in dem Unternehmen herrscht und die tägliche Zusammenarbeit mit innovativen Themen. Wenn sich jemand überlegt, bei der Borsche Informatik zu bewerben, würde ich ihm sagen, dass er es unbedingt tun soll. Es ist ein tolles Team und täglich neue Themen und neue Herausforderungen.